Eine Schultasche aus Lastwagenplane, Mäppchen, Stifte und Hefte aus nachhaltigen Rohstoffen und fairem Handel. Das ist die öko-faire Schultasche, die Umweltberater Bernd Brinkmann bei der Auftaktveranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit an diözesanen Schulen im Eichstätter Priesterseminar vorstellt. Die öko-faire Schultasche ist der Versuch, mal Produkte anzubieten, die eben aus fairem Handel kommen. Es fängt an bei den Schulheften, die aus Recyclingpapier sein sollten, über die Verbrauchsmaterialien. In der Schultasche haben wir jetzt beispielhaft Stifte, haben wir Radiergummis aus Naturkautschuk, haben wir verschiedene lineale Trinkflasche aus Recyclingmaterial. Die Schulabteilung und das Referat für Schöpfung und Klimaschutz im Bistum Eichstätt haben zahlreiche Vertreter der sechs diözesanen Schulen zu einem Umwelttag eingeladen. Gemeinsam mit der Bistumsleitung will man einen Nachhaltigkeitsprozess an den kirchlichen Schulen anstoßen und auf die Fridays-for-Future-Demonstrationen reagieren. Die Aktivitäten der Schüler letztes Jahr, die ja auf die Straße gegangen sind, um für Klimaschutz und für eine Veränderung in unserem Lebens- und Wirtschaftsstil zu demonstrieren, wir haben das ernst genommen und haben überlegt, wie können wir das in konkretes Tun übersetzen. Die Bistumsleitung arbeitet bei dem Prozess mit den Schulen Hand in Hand. Bischof Gregor Maria Hanke berichtet von seinen Erfahrungen mit Nachhaltigkeit im Kloster Plankstätten. Er ermutigt die Schüler, sich zu engagieren. Ich halte das für großartig, dass sich die jungen Menschen so dafür interessieren. Die Initiative kam ja auch von unten, wurde dann von Frau Staudigl und Frau Amon und den Lehrkräften aufgegriffen. Ich finde das sehr, sehr gut, denn der nachhaltige Lebensstil, das ist ein christliches Thema. In vier verschiedenen Workshops setzen sich die rund 50 Teilnehmer deshalb mit dem Thema auseinander. Sie lernen praktische Tipps und Kniffe im Umgang mit Ressourcen kennen. Unter dem Motto Nachhaltigkeit in aller Munde erfahren sie, dass auch das Schulessen regional und gesund sein kann. Oder was man beim Thema Umweltmanagement zu beachten hat. Die Schüler und Vertreter nehmen viele Anregungen für ihre Schulen mit. Das fand ich gut, dass man dann nach seinen Interessen schauen kann und sich auch von den anderen Schulen Inspiration nehmen konnte. Mir hat der Beitrag mit dem Einkaufen sehr gut gefallen, weil man da wirklich viel dazu gelernt hat. Zu sehen, wie können wir das an unserer Schule umsetzen und zwar mit den Studierenden zusammen. Also wirklich da vielleicht so eine Art Parlament zu gründen, zu gucken, was interessiert euch, was können wir umsetzen. Weil es geht nur, wenn alle Beteiligten an einem Strang sind und ein Ziel verfolgen und nicht von oben aufgesetzt. In einem weiteren Schritt geht es nun darum, seine Hausaufgaben zu machen und das Gelernte an den Schulen umzusetzen. Ziel ist es, Fridays for Future von der Straße zurück in die Schulen zu holen. Die sollen zunächst einmal Umfragen starten in den Klassen, im Elternbeirat mit dem Schulbüro, Hauspersonal und im Kollegium. Ende des Schuljahres im Juli wird der Rücklauf dann ankommen und wir werden in der duözesanen Schulleiterkonferenz uns die Rückläufe anschauen und dann differenzieren und schauen, welchen Weg gehen wir gemeinsam für das nächste Schuljahr, welche Wege geht jede Schule allein. Und in Zusammenarbeit mit dem Referat Klimaschutz und Schöpfung hoffe ich, dass wir dann Jahr für Jahr unsere Ziele und Etappen neu definieren. Die Auftaktveranstaltung zum Nachhaltigkeitsprozess zeigt, dass das Bistum Eichstätt Fridays for Future ernst nimmt, damit den Worten auch Taten folgen.